Nikolaus von Kurs, auch als Kusanus bekannt, wurde 1401 geboren. Er gilt als letzter großer Denker der Scholastik, deren wertvollste Ergebnisse von ihm gebündelt wurden. Zugleich eröffnete er die Renaissance und wurde als Förtner der Neuzeit bezeichnet. Revolutionär war seine Überzeugung von der Unendlichkeit der Welt, was er aus der Unendlichkeit Gottes Schluss folgerte. Im Unendlichen aber fallen die Gegensätze ineinander, wie er anhand mathematischer Beispiele erklärte. Eine krumme Kreislinie und eine gerade Linie bedeuten einen Gegensatz. Im Unendlichen aber stellen wir uns den Kreis unendlich groß vor und so wird die gekrümmte Linie zu einer Geraden. Auch besitzt ein regelmäßiges Unendlich-Eck gar keine Ecken mehr, sondern bildet einen Kreis. Der Gegensatz von krumm und eckig fällt in sich zusammen. Auf solche Art und Weise sind auch Allgemeines und Individuelles ineinander enthalten. Die Einheit Gottes wird in der Vielheit der Welt erkannt und Einzigartigkeit vergegenwärtigt sich in Andersheit. Dies entspricht dem typischen Renaissance-Gedanken vom Mikrokosmos und Makrokosmos. Der kosanische Gedanke, dass die Welt der Ausfaltung Gottes in Gegensätze entspricht, bildt die Grundlage unseres Modells. Die Dreiecksform als Symbol Gottes wird durch Auffalten zum komplexen Weltgebilde. Was in Gott zusammenfällt, tritt in der Welt in Gegensätze auseinander. Tod und Leben, Werden und Vergehen, die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde, ebenso auch Licht und Finsternis. Kusanus rückte die Erde aus philosophischen Gründen lange vor Kopernikus aus der Mitte der Welt hinaus. Aus Gottes Unendlichkeit folgerte er die Unendlichkeit der Welt. Eine unendliche Welt aber verfügt über keinen Mittelpunkt. Zur philosophischen Belehrung erfand Kusanus das Globusspiel. Dem Spieler obliegt die Aufgabe, die Kugel so nah wie möglich ans Zentrum des Kreises heranzurollen. Dies erweist sich als schwierig, weil die Kugel eine große Aussparung besitzt und insofern keine ideale Kugel ist. Hier setzt die Deutung des Nikolaus von Kohes an. Wie diese Kugel schuf Gott die menschliche Seele zwar nach seinem Bilde, aber ohne Vollkommenheit. Sie weist ein Defekt auf und bewegt sich nicht gerade auf ihr Ziel zu. Der Mensch besitzt die Aufgabe, die, Zitat, Neigungen und natürlichen Krümmungen durch tüchtige Übung gerade zu richten. Trägheit und Unstetheit muss man Kusanus zufolge erkennen und den eigenen Fehler in seinem Lebensentwurf integrieren. Bei geduldiger Übung kann es dann gelingen, die Kugel ins Zentrum zu bringen, das Christus symbolisiert. Damit wird symbolisch der Seele Ruhe gegeben. Der Mensch kann das Wesen der Rundheit, das vom Mittelpunkt in die konzentrischen Kreise ausströmt, nur in unterscheidender Weise wahrnehmen. Denn, und das bildet eine Grundlehre des Nikolaus, das Eine und Einfache kann man nur im Vielen und Vielfältigen erkennen. So stellen die Kreise vom Chaos über die materiellen, seelischen und geistigen Möglichkeiten bis hin zur Schau Gottes einen Aufstieg des Menschen dar. Parallel dazu sind die neuen traditionellen Engelschöre angeordnet. Die Zahlen dienen der Punktezählung. Das Spiel gewinnt nach Nikolaus Vorschach derjenige, welcher zuerst die Zahl 34 erreicht, die Zahl der Lebensjahre Christi. Die Bewegung wird nicht nur von der Neigung und Glätte des Untergrundes beeinflusst. Sie fällt auch je nach verwendeter Kugel unterschiedlich aus. Genau auf diese Weise sind auch die Wege der Seelen individuell geprägt. Niemand kann die Erfahrung anderer einfach übernehmen. Jeder ist als Individuum frei. Daran sah Cusanus die Einzigartigkeit des Menschen. Zugleich trägt er die Notwendigkeit und Gebundenheit des Tieres in sich und muss mit ihr umgehen, wenn er in das Reich des Lebens gelangen will.